Ich darf euch auf jeden Fall den Chris vorstellen, der Chris wird gleich euer Trainer sein. Ich darf euch den Angus vorstellen, der Angus ist der verantwortliche Mitarbeiter hier für unsere Clubs in München. Und mein Name ist Michael, ich mache bei Primetime Fitness das Marketing und darf euch recht herzlich begrüßen und ich möchte einen ganz großen Dank aussprechen an die Annette, die das hier perfekt auch organisiert hat, dass ihr heute alle da seid. Und ja, wir machen ein schönes Workout-Training unter dem Deckmantel von Bel Air. Also Bel Air, das ist der Outdoor-Begriff bei Primetime Fitness für das Training draußen. Und da haben wir ja hier in München jetzt am Oscar von Millering, genauso wie in Frankfurt, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, auf dem Rooftop der Long Island Summer Lounge. Ja, das ist wie so ein Beach Club auf einem Börsenparkhaus. Und im Maintauer auf 200 Metern Höhe haben wir drei exklusive Locations eingerichtet und da wird der Angus noch ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ui! Wir haben was gedacht. Sie sind verhengt. Und hoch. Wenn du noch ein bisschen tiefer kommst, schauen wir mal. Oh, das sieht ja gut aus hier. Ich lasse einfach die Kamera gleich. Also wie bist du im Training, dass die Beine noch so weit? Ja, ich habe die Woche angefangen. Nächste Woche legst du die Beine hinter die Ohren, oder? Das war mal, das muss auch gar nicht mehr sein.